Ja. So, dann haben wir das Spiel jetzt nochmal neu gestartet. Jetzt fuß ich wieder alles. Jetzt sehe ich nämlich auch, dass da tatsächlich wer steht. Das ist schon mal sehr freudig. Und ich sehe auch nicht wieder auf der Karte. Was ich persönlich noch viel besser finde. Da oben ist ein Scharfschütze. Ich bin ehrlich, Scharfschützen finde ich jetzt nicht so toll. Und deswegen machen wir den mal als erstes weg. So, und jetzt können wir mal eben den Rest uns angucken. Das war jetzt irgendwie nicht so besonders, wie ich dachte. Aber ich sag mal, das ist jetzt auch gar nicht so krass gesichert, wie ich das dachte. Nein! Nein! Das sind ganz schön viele Wachen hier für so ein Auto. Wenn wir mal ehrlich sind. Boah! Ich möchte das ungern nochmal machen. Wir können mal eben gucken, wo die hier wie sind. Und... Boah! Boah! Identifiziere dich! Oh, okay. Ja, 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 richtig. Ja. Aha, okay. Ja, 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 aha. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah, sieht okay aus. Ja, 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 ja. Der ist halt sau nervig, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, und du bist nicht besser. Leider. Ja, ja. Ja. Kannst du bitte mal in die andere Richtung gucken, du da vorne? Ich dachte, hier geht's hoch, aber hier geht's gar nicht hoch. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. hier ist es auch hier nach meldung gab es nicht noch einen langsameren truck ja ich hab ihn aber sie sind an mir dran was soll denn das bitte heiß wenn du den park haben musst du dich schon ein bisschen anstrengen aber muss ich dafür jetzt erst entkommen oder muss ich erst dahin fahren und dann bin ich automatisch entkommen man weiß es nicht so genau ich würde sagen ich probiere es erstmal auf die klassische art und weise schiebt ihn von der straße schubs ihn von der straße los Ich weiß nicht, ob wir mal neue spawnen oder ob ich die kaputt machen kann. Was zum Henker war das? Komm in! Es kommt in mein neuer OK. Fahr in den Rhein, los! So ein Scheiß! Ram ihn! Wir holen euch raus! Findet ihn! Verteilt euch! Hab ich dich! Ja! Ja! Führe sie an meiner Skulptur vorbei. Sie ist bereits verdrahtet. Du bist ein gefährlicher Mann, Tico. Fahr auf ihn drauf! Tu es! Mann, dieses Spiel, ne? Warum konnte ich nicht mehr losfahren? Dann war es zu spät, dann musste ich auch steigen. Da war es zu spät, dann war es zu spät, dann war es zu spät. Richtig, atenção! Sieht! War ein Mist, die sind alle, ja natürlich. Ich seh da halt nichts, weil da so viel Qualm ist. Bisschen doof. Bisschen doof. Bisschen doof. Bisschen doof. Ich weiß nicht, ob das nur noch einer ist oder ob das noch mehrere sind. Bisschen doof. Bisschen doof. Der Bunker macht zu viel Lärm. Was denn für Lärm? Er ist online. Das haben einige mitbekommen. Computer-Kids vor allem. Aber keine Panik, ich sorg dafür, dass sie nicht reinkommen. Sie haben uns bereits sondiert. Sondiert? Nur einer macht mir wirklich Sorgen. Sein Name ist Default und er ist ziemlich gut. Ich beobachte ihn. Sagt Bescheid, wenn er Ärger macht. Okay. Okay, ich hab den Truck abgestellt. Verdammt, der Plan könnte wirklich aufgehen. Okay, jetzt brauchst du die Sicherheitsfreigabe, um in Blooms Headquarter zu kommen. Schon mal ein Helikopter verfolgt? Und nein, das ist keine philosophische Frage. Meist verfolgen die mich. Was hat das mit uns zu tun? Meist verfolgen die mich und ja auch gute Antworten später. aber nicht besser. ... ... ... ... ... ... ... Ich bin mal gespannt, was jetzt noch passiert hier, ja? Boah, ich kann grad ganz schlecht sehen hier, weil die Sonne so spiegelt, aber ist egal, davon da für uns. Kein Verbrechen begann, oh wie schlimm! Das wäre interessant, wie weh hin müssen eher. Let's go, let's do it!